Die hat mich durch die Tür gesehen. Jetzt mach die scheiß Tür zu! Junge! Was? Ist das eine Scheiße? Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen werden, oder auch nur für die Mission. Ich weiß es nicht. Jetzt, geh weg! Junge! Oh, ich konnte die Tür nicht zumachen. Was ist denn das für ein Mist? Ich hab auf Nummer 1 gewechselt. Und es ging trotzdem nicht. Wo läuft der hin? Der läuft schon wieder zurück, oder? Nein! Lucius, warum bist du auf? Wir sind sofort wieder in dein Bett. Nee, ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal, weil es hat wirklich keinen Sinn. Oh, da sind ja in jedem Raum Leute drin. So viele Leute wohnen da doch überhaupt nicht. Also, das wär jetzt wirklich, das war nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Oh, Mist. Dann starten wir jetzt auch wieder von Anfang. Oh, nee. Mist. Ja, Entschuldigung, da müssen wir aber durch. Das ist aber wirklich schwierig, die Mission. Kann ich das jetzt wieder zerstören, hier? Ja, aber das war irgendwie... Jetzt ist es halt blöd, wenn wir die Mana's nicht mehr haben, ne? Komm, geh weiter. Geh zu. Ja, das war jetzt... ...ganz blöd hier. Wir sind aber auch einmal schief... äh, falsch. Falsch Richtung. Aber wir haben... wir waren hier... wir sind hier irgendwie andersrum gegangen. Und dann war da nur noch eine Person. Oh, nee. Boah. Wir haben hier mal die Taschenlampe. Taschenlampe in die Hand. Ausmachen. So. Ist nur noch eine Person, okay. Nee, zwei. Müsst, wieso sind da zwei Personen? Nee, wir müssen uns jetzt einfach wagen. Wir gehen in die erste Tür hier rein. Und dann kommt gleich einer aus der Garage raus. So war es doch, oder? Nein! Jetzt schon wieder. Das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Geh weg, geh weg. Junge, geh weg. Nein, nicht, nicht. Lauf, lauf einfach, lauf. Oh, geschafft. Oder... Sag mir bloß... Ah, okay. Ja, wir müssen es wieder von Anfang machen. Ich hätte gedacht, wir sind jetzt im Zimmer, aber mit demselben Auftrag. Dann wäre das ein bisschen einfacher, glaube ich. Das war jetzt aber dumm. Ja, bla 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 bla. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Hm, wo sind die? Da sind die, oder? Wo? Heitier? Was? Eing, was ist denn das? Fesseln zum Verbinden von Opfer auf dem Tisch. Hm, hm. Okay. Also so ein Masochistenhaushalt. Ähm. Wo war das jetzt? Ah, hier, oder? Haben wir wieder alle? Ja. Bla bla bla, eine ist kaputt. Was war schon da? Das Gras kann wieder wachsen. Stimmt, wir haben uns die anderen nicht angeschaut. Ich glaube, bei Alisa war das so. Ah, nee. Jurita. Hm, okay. Ja, jetzt brauche ich mir aber, oder? Westflügel. Ein Westflügel. Ich hatte keinen Westflügel gesehen. Ich hatte ehrlich keinen Westflügel. Ja, bestimmt muss da irgendwo ein Westflügel sein, aber ich weiß heute nicht wo. Naja, wahrscheinlich im Westen, aber... Ehe, der kommt hier wieder rein. Was ist der Junge? Nee. Okay. Wir haben uns doch da hinten versteckt. Ja. Okay. Nur mal. Neuer Plan. Ähm, wir sind hier. Hier war der irgendwie, die 1 plus 1. Wir müssen jetzt einmal hier... Und dann eben die Treppen hoch. Das ist eben der Mist. Da kommt wer. Da ist auch wer. Oh, wieso sind hier überall so Leute? Und wieso... Wird's nicht reichen, wenn einer mit einer Sicherung rumrennt? Sollen wir gleich alle? Der geht hoch. Mist. Da kommt keiner. Wir folgen ihm einfach mal. Schauen, wo der uns hinführt. Hinter uns ist keiner. Okay. Aber weh, da kommt jetzt einer runter. Ne, bitte nicht. Doch, sie kommt runter. Nein! Mist. Oh. Das ist Beeilung. So. Jetzt kommt da schon wieder wer. Ey, der ist doch gerade hochgegangen. Wieso läuft der jetzt schon wieder runter? Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich seh nix. Mist. Wo bin ich? Scheiße, wo bin ich denn? Ich seh nix. Bin ich am Ende vom Flur? Ja. Boah. Muss ich mich ein bisschen vorbeugen, damit ich hier überhaupt was seh. Was sind das für Räume? Das ist doch Opas... Das ist Opas Zimmer. Okay. Okay, wir wissen jetzt, Opas Zimmer hier. Ne, wo? Oberst Zimmer hier. Gleich gegenüber. Ja. Das sieht aus wie ein Stimmel im Raum. Was ist das? Kann ich nicht irgendein Licht anmachen oder so? Ah, stimmt. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Ähm. Kleber oder so? Oh, ne. Kärtchen liegen da drauf. Ja, wir haben's geschafft. Superkleber. Den Superkleber... Nein. Kombinieren. Mit... Kombiniert sehr gut. Boah, jetzt müssen wir irgendwie wieder runter. Okay, wir müssen uns einen Plan austüfteln. Wir sind jetzt hier. Wenn wir jetzt hier... Und wenn wir... Und noch ein paar Mal, das haben wir, um Leute vergessen zu lassen. Boah, ich seh nix. Was ist das alles hier? Das sieht so ganz komisch aus bei Nacht. Oh, da kommt wer. Mist, da kommt wer. Oh, bitte. Bieg irgendwo ein. Bieg irgendwo ein. Oh, der läuft zurück. Ne, der da läuft. Der kommt da. Warum kommt der da? Okay, der biegt ab, okay. So, jetzt laufen wir hier. War doch irgendwo eine Treppe, oder nicht? Oh Mist, ich bin so orientierungslos. Hier ist eine Treppe. Okay, jetzt mal safe. Jetzt sind wir nur noch da. Rechts. Die Tür aufmachen und dann runter rennen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Boah, ist das hier. Ah, laufen jetzt zwei Leute. Mist. Boah, was war das denn? Okay, erst oben. Erst oben. Erst oben. Lauf, 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 lauf. Da kommt jetzt schon wieder wer. Oh nee, da kommt wer. Nein. Bitte nicht. Nein. Nee, Mist. Oh nee, da kommt wieder wer. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Geh weg. Oh, und jetzt, der läuft wieder zurück, oder? Nee, oder? Nee. Oh, Mann. Oh, Mama Mia. Okay, wir verstecken uns wieder hier. Und warten wieder. Oh, nee. Boah. Geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei. Guck dich nicht lange um. Geh einfach vorbei. Und dann rushen wir davor. Er ist weg. Lauf, Lucius. Mach mich stolz. Lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, safe. So, wenn wir jetzt noch was brauchen, dann kann sich der Opa quellig selbst an den Arsch bewegen und dann es holen. Ehrlich wahr? So, geschafft. Das war jetzt eine Tour, ne? Und das, wo kommt das denn? Mit den Kerzen kann man auch irgendwas machen. Da, okay. Dann das Auge war hier. Oder doch nicht? Hier, okay. Und das dann ich hier. Okay. Haben wir... Ja, wir haben sogar Streichhölzer. Sehr gut. So. Zum Fesseln des Opfers haben wir auch vorhin was gefunden. Macht doch an jetzt. Was... Was war denn das... Das hier? Okay. Kann man das wirklich jetzt? Tatsächlich nicht. Schafft. Cool. Wir lesen uns jetzt mal ganz geschwind durch. Äh, weißt du, wie haben wir? Ich glaube, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. Okay. Und jetzt? Opa? Brauchst du noch irgendwas? Brauchst du vielleicht eine... Eine Zahnbürste oder sowas? Fülle haben wir. Einen Stein haben wir. Was will denn der jetzt noch? Ähm. Ist das sonst noch irgendwas? Tatsächlich. Ein Dolch. Ein Dolch, der für Opferrituale verwendet wird. Oh, mein Mann. Und da hast du was? Ne. Ah, mein Kopf. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Kleiner? Okay. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Heilige Scheiße! Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn. Wird dich im Zaum halten! Nein, tu das nicht. Boah, du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. In den feurigen Ofen. Du verstehst überhaupt nicht, worum es hier geht, oder? Müssen wir jetzt die Kreuze umbringen. Boah, müssen wir jetzt immer rumswitchen, das ist ja... Geh weg, Alter! Es ist kein Recht, mich jetzt hier anzupieksen. Boah, ey. Ah, geh doch weg, Mann. Du störst. Geh doch weg, Mann. Kann ich den nicht einmal vergessen lassen? Ist doch viel einfacher. Geh weg! Der hat uns... Der hat uns mit einem Messer umgelegt. Was ist denn das für einer? Der hat Panic Knife eingesetzt. Was ist denn das für einer? Ah, Junge. Junge, 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 Junge. Hat uns einfach abgeschlachtet. Boah, ey. Jetzt bitte nicht wieder von Anfang. Bitte, bitte nicht. Ah, okay. Ja, stimmt, das war ein Savepoint. Okay, weiter geht's. So. Er dreht die Kreuze um. Aber er darf uns nicht abschlachten. Geh weg, geh weg! Allertal.